Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Story. Ja, ähm, wo zum Teufel sind wir gespawnt? Ja, letztes Mal haben wir Fremde und Freaks gemacht, also Fremde und Freaks. Und, äh, so ein Rennen. Und ich hab mich ein bisschen so informiert bei Neo und die anderen. Und Rennen kann man ab Mitternacht machen. Bis 5 Uhr morgens oder so, glaub ich. Und, ähm, ja. Oh Gott, da ist ein Motorrad. Ups, Entschuldigung, Mann. Du machst dich runter, du Idiot hier. PCJ600 ist zwar nicht der Brüller, aber... War das das? Oh, oh, das ist eine Akuma. Oder? Nee. Glaub, der will Stress, der Junge. So, was machen wir heute, Leute? Ach, komm, hau ab, du Idiot. Vor euch ja noch die rüber weg, Baller. Das Auto gefällt mir aber besser. Oder? Nee, komm, ach, komm. Lass jetzt hier zu diesem Punkt fahren, mal schauen, was hier ist. Machen wir mal diese andere Mission von Fremde und Freaks. Mal schauen, was sie bringt. Oh mein Gott, das ist doch der... Ja, komm, ist egal. Wir haben sowieso schon eins in der Garage stehen. Jupp, das war ein hässlicher Spawn. Mit dem Junge hier. Okay, was macht der da? Hä? Alter Vater. Ich glaube, der kriegt jetzt Prügel. Hä? Ja, komm, schlag ihn die Rübe. Da hat dich fotografiert, da hat er keine Erlaubnis zu. Ja, schwuler. Also nein, nicht schwuler, sondern hier... Verbrügel ihn. Komm, mach ihn hin. Der ist ein bisschen, ein bisschen verwirrt, der Junge. Ja, und was soll das jetzt? Komm, mach hin, ey, ich will jetzt die Mission machen. Der ist irgendwie nicht ganz dicht. Die hat haarige Beine. Oh Gott. Ich will doch keine Sau wissen. Dann komm. Ah, okay, ich muss also hier... Fahre neben mir, rent das Auto, okay? Ja Gott, bin ich ein Pro hier oder bin ich ein Pro? Jetzt komm, schieß die Fotos, du Idiot. Oder ist das schon fertig? Nee, anscheinend noch nicht. Oh, yeah, real subtle. Oh, you're human, you're fit. Man, they don't call her the Silicon Slatter. Silikon? Okay, Silicon Slatter, der steht da. Alter. Jetzt komm, schieß die Fotos, du Idiot. Don't bring her up the road, man. Homewrecker! You know you want it, Calen. We done yet? No, she looks too good. I want the prisoner of warshot. For the big zeroes off. Ich versuche auch noch zu lesen, Alter. Während ich hier fahren muss. I love you, Miranda. Komm, schießt noch ein paar Fotos, dann sind wir fertig. Ich komme nicht näher heran, Alter. Oh Gott, da ist schon... Soll ich einen abknallen, oder? Alter, was sollen wir denn jetzt machen? Roter Punkt, okay, das bedeutet hinterher. Ja, soll ich den jetzt abknallen, oder? Fahre neben den Konkurrenzproporators, oder so, das Beverly. Okay, das war's. Okay, die Linse ist kaputt. Und jetzt müssen wir wo hin? Aha, hier muss ich denn jetzt hinfahren. Junge, Junge, war das jetzt hier eine Mission. Hoffentlich kriege ich Kohle her dafür. Junge, Junge, Junge. Ja klar, jetzt zieht er den coolen Helm hier an. Okay. Anscheinend geht's weiter. Weicher, ja, komm. Okay, und sogar Gold, mit Gold abgeschlossen, Alter. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren mal zu Franklin, denn da scheint ja eine Mission zu sein. Alter. Okay. Frame. Würde ich mal das so nennen. Ähm, ja, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man schneller mit Motorrad fährt, als, äh, wenn ihr, also wenn ihr in Rennen fährt, schneller als die anderen, einfach hochziehen der Reifen, dann fährt er ein kleines bisschen schneller. What the fuck, war das das? Oh, komm, 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 komm. Ja, was soll das hier? Soll ich ihn töten oder was? Ja, ist er jetzt tot oder nicht? Okay, jetzt scheint er tot zu sein, aber was soll das jetzt? Ja, Pistole und wat? Warte, da liegt wat. Oh. Achso, ja, okay. Okay, wenn du einen gestohlenen Gegenstand bekommst, kannst du ihn entweder behalten oder gegen eine Belohnung zurückgeben. Ja, jetzt sollen wir eine gute Tat machen, Leute, wir haben zwar 500 Dollar jetzt gekriegt. Okay, warte. Ja, ich meine, so ein hübsches Mädel. Ja, will die mir jetzt keinen blasen oder so? Wat? Minus 450? Alter, das ist die letzte gute Tat, die ich mache. Aber hallo. Das ist meine letzte gute Tat. Alter, mir gefällt dein Auto. Sorry, aber ist so. So, versuchen wir jetzt mal Franklin's Mission zu machen hier, wenn wir überhaupt da mal ankommen würden. Also, wo waren wir am 8 der Welt oder was? Ach komm, da haben wir es ja schon, Franklin, zu Hause. Ja, look up the way. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bedeuten soll, aber... Ja, den packe ich aber jetzt in der Garage hier. Ich meine, so ein Cabrio. Ey, das haben wir aber hier ziemlich krass gemacht. Also, das gefällt mir. So. Wo geht's hin, Junge? Das scheint ja hier eine Mission... Hä? Okay, das scheint ja hier eine Mission zu sein. Machen wir die mal. Ja, das mache ich auch, wenn ich meine Freundin sehe. Ich versuche dann immer irgendwie abzuweichen. Aber so schlecht ich die ja nicht. Ich meine... Wir sind Frauen und sind gleich tot. Lalalalalalalala. Da hätte Franklin jetzt die Knarre ziehen sollen und boom, boom. Weg. Wie ich das hasse, dass ich nichts verstehe. Ich meine, ich könnte ja hier mit einem Schlag ausknocken. Dann bist du tot, Junge. Nein, nicht da hin. Was drückst du wieder für das denn hier, Delta? Hauptsache, der kann hier seinen Kumpel nicht schlagen. Okay, das auch nicht. Kommen wir die Waffe lieber weg, bevor wir noch abgeknallt werden. Ja, wo müssen wir denn hin, Junge? Okay, you drive, das bedeutet, du fährst. Steck in den Lieferwagen ein. Stecken wir mal ein. Good dog, yo. Yo, man. So, wo geht's hin? Zwei Kilometer, Alter. Bis behindert. Hätte die Mission nicht ein bisschen näher sein können, dass wir so weit fahren müssen. Alter, jetzt lern fahren, Junge. Zieh da nach rechts. Aber der Hund, der bleibt schön stehen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Vollbringung mache? Okay, der neigt nach vorne, aber bewegt sich nicht. Das haben die wieder mal geil gemacht hier. Alter, Rockstar. Ich will ja nicht klagen über EA oder DICE, aber ich meine, sie haben es besser hingekriegt. Also GTA ist auf jeden Fall ein besseres Spiel als Battlefield 4 auf die PS3 natürlich. Auf PS4 sieht es schon wieder ganz anders aus. Denn da gibt es ja GTA gar nicht. Aber was soll's, Leute. So, hier müssen wir hin. Also, das ist jetzt schon blind, Leute, denn... Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert. Okay, aber was soll das? So, die fuck what, niggas, es ist ein Millionen OGs. Well, shit, how about I put one of these little ex-pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, mobo. But that's disgusting. What's happening now, D-man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGI. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mad-wearing, motherfuckers? Oh, so, what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Fuck you, nigga. What the fuck? Fuck y'all. Okay, ich hab' jetzt versucht zu verstehen, was die da wollten, aber hab' ich nicht verstanden. Ich war nicht so schnell beim Lesen. Ja, ruff, 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 ruff. Schnauze. Ja, ein Motorrad mit ein... ...mit einem Lieferwagen hier. Das kann ja was geben, Leute. Aber wir haben ja diese Spezialfähigkeit. Komm, mach schneller. Äh, er wird auch nicht schneller. What the fuck? Meinst du, ich krieg' den? Ja, ich wusste das, dass der jetzt hier einlenkt. Der Idiot hier. Na klar doch. Alle lenken gegen mich hier. Alter. Das wird hier knapp. Ab. Junge, Junge. Der fährt sich hier einab. Alter. Na gut, dass wir... What the fuck? Ich hab' mich abgebremst, Leute. Das war der Computer. Er ist tot. Na gut, dass wir diese Spezialfähigkeit haben, denn... ...das hätte nämlich böse geendet hier. Komm, hol' ihn dir Job. Hol' ihn dir Job. Hol' ihn. Du kriegst einen auf die Fresse, weil du mir hier in den Weg läufst. Komm, 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 komm. Quadrat, um zu klettern. Ja, das war ich doch eh. Ich spiel' ja doch online. Komm, 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 komm. Renn. Renn, 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 renn. Ja, komm, jetzt mach' hinne. Komm. Boom. Renn, 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 renn. Da läuft der Wichser doch. Komm, komm. Jetzt mach' hinne, Junge. Alter Vater. Watt, weh'n, trottel, ja. Jetzt mach' hinne. Mann, das ist doch ne beschissene Mission. Das war lustig gerade, oder? Komm schon, komm schon, Junge. Suchen. Such' ihn. Zum Teffel ist er, führ mich hin. Ich seh' ihn nicht, ich seh' ihn nicht auf der Minimap. Wechsel zu Job. Wechseln ging ja so. Ja. Okay, jetzt muss ich da, hä? Ich bin mit dem Hund. Ich bin mit dem Hund, Leute. Kann ich den steuern? Wechsel schnell. Okay, so wechsel ich schnell. Die muss ich hier anscheinend kontrollieren. Okay. So, kontrollieren wir mal die Güterwagen. Ich könnte wetten, ich sterbe. Ich könnte wetten, ich geh' gleich drauf. Krieg' gleich so'n Headshot. Wetten? Hä? Nein, kein Handy. Ja, komm, Junge, wo ist der? Er hat ihn gefunden. Oh, 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 oh. Was geht hier ab? Hä? Ah, ja, ich hab' ja so'n Foto gesehen. Okay. Junge, komm. Mach' jetzt hin, ne? Er vögelt gerade die Hündin. Komm' da runter, du Schwein. Komm, das geht doch gar nicht. Vögel kann sich später. Okay. User Joinder Channel. Yo, wer ist jetzt gejoint? Der Patrick. Oh. Ja, Morgan, sag mal hallo, denn ich Let's Play hat. Hallo. Oh, Let's Play, das denn? Ähm, die Story von GTA. Ach so. Komm, Junge, in den Lieferwagen mit dir. Komm, Lama, der hat dich jetzt wie sehen. Verstecken nützt ja auch nix. So, und jetzt fahren wir uns wieder mal einen ab. Während Job hier dem in die Fresse schaut. Und, Patrick, was geht? Ich könnte an unserem Spiel weiter dran. Also, ja, wir wollen ja keine Infos hier in GTA, äh, Let's Plays, what, verteilen. Ja. Das machen wir dann andermal. Aber du kannst deinen Usern ja schon mal einen kleinen Hinweis geben. Ja, kleinen Hinweis, Leute, ähm, es wird ein Spiel entwickelt von, ähm, darf man randoms sagen? Ja, ja, von randoms, also Leute, die, sag ich mal, nicht jeden Tag ein Spiel entwickeln. Und, ja, es soll ein Ego-Shooter werden und... Es ist doch der Wahnsinn. Auf jeden Fall, äh, besser als Battlefield 4 auf der Playstation 3, oder? Ja. Da stimme ich dir zu. So, die Mission ist fast zu Ende, deswegen werden wir uns gleich auch schon verabschieden. Ja, das Einzige, was mich an Rockstar stört, ist ja diese... Das ganze Spiel halt in Englisch läuft und du dauernd lesen musst. Ich mein, das wär ja kein, äh, Akt gewesen, wenn die hier, ähm, wie sagt man, ne deutsche Synchro reingemacht hätten, oder? Ja, das stimmt schon. Allerdings bei so vielen Menschen... Bei so vielen? Das stimmt. Bei so vielen Menschen. Ach so. Die ganzen Leute, die ja in der Stadt rumlaufen und so weiter, die müssten ja auch alle synchronisiert werden. Ja, wir hören schon Leute, der versteht, wovon er redet. Und deswegen bin ich mir auch ganz schön sicher, dass dieses Spiel einfach nur krass geil wird. Und somit verabschieden wir uns auch schon von dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.